da sind wir wieder bei der riftbreaker kaum starte ich das spiel kommen mir schon wieder tausend meldungen meine güte ja was wollten wir denn machen wir sind dabei ein bisschen zu porschen und die basis weiter auf vordermann zu bringen und nebenbei sind wir auch noch dabei ich glaube ich schau mal die kleine basis da an weil die auftrag haben wir auch noch dass wir überhaupt überlebe ich gehe ja einfach raus ja es geht darum dass wir mal gucken gerade was wie groß diese kleine basis da ist das ist noch die normale meditation ja das ist nicht wahr ich habe ich bin wenig schweine unsichtbarer sind aber heftig muss ich schon wieder zurück zur basis gehen aber ich bin kein fan von nebel da gehe ich wieder zurück wo ich habe das tier umgebracht nein ich habe das tier umgebracht aber sie sind so lieb und tun einfach nichts sie wollen einfach nur weg warning hostile creatures are coming from a nearby nest we should go there and clear it out ja ist ja gut haben ja eh keine chance sie rennen blöd wieder in ihren verderben rein aber jetzt wird alles schön automatisch repariert so wie ich das gerne hätte aber wenn jetzt moment 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 wenn jetzt gleich ein angriff kommt sonne untergang windenergie ist nicht so prickelnd also nicht so viel zumindest wir sind ja gerade dabei schon erneuerbare energie zu forschen aber ich warte doch mal lieber bevor jetzt hier nicht genug ammunition to operate defensive towers base ist under attack oben so oben die schweine wenn ich unten am angreifen also da und jetzt greifen sie oben an genau jetzt greifen sie oben an die schweine ah diese säcke so was habe ich vor ich werde jetzt erst mal alles zu betonieren ist mir egal ich glaube dass ich dadurch schneller laufe also sieht das mit beton alles schöner aus ja hier kommt jetzt erstmal beton hin hier überall mit beton jetzt hin mein gott laufe ich direkt schief schneller also scheint das irgendwie keine ressource zu verbrauchen so jetzt kommt mir das so vor als wenn das schnell als wenn ich schneller laufen würde einfach mal machen einfach mal alles markieren hier ja der läuft auch schneller kann aber erzählen was man möchte das ist so doof die haben eh dauerhaft energie ok oder fehlt einer aber bestimmt vom letzten angriff aber anders könnte ich mir jetzt nicht vorstellen warum die halt putz sind mehr solarenergie bauen eigentlich solare energie aber dieser blöde geoscanner der verbraucht so viel energie ah man ja ist ja gut ja vielleicht sollte ich doch noch mehr speicher bauen ja mal gucken jetzt kommen sie von da ah die greifen aber alle hier an ok ich hör sie ein bisschen fleisch bitte so das ist ja erledigt das wäre erledigt ja jetzt geht das mit energie ein bisschen voran aber auch nicht weil es tag ist reicht das jetzt endgültig carbonium storage ist voll wir sollten mehr storage buildings okay fleisch verarbeitet er gerade nicht sieht zumindest nicht danach aus hm gleich reicht die kapazität gerade mal so aus schön endlich ach gut doch neuerbare energie die geothermie äh was brauche warte mal mal lesen was brauche ich denn denn ok was brauche ich denn dafür äh muss ein geothermals lot das ist doch das hier oder nicht ja tatsache ach wo du zieht das müll kann das sein kann ich aber zwei anbauen hier ne aber trotzdem brauche ich den da in der Ecke hin ne ne Moment ich weiß nicht dieser Ausgang gefällt mir irgendwie nicht so jetzt frage ich mich nämlich warte mal äh ne dich wollte ich nicht bauen was haben wir denn da wir haben jetzt können jetzt endlich mal die was das wasser anzapfen aber holt jetzt eine große menge energie wo ist der Ausgang der Ausgang ok der hat jetzt komisch gewackelt ähm mal kurz abwarten währenddessen muss ich mal gucken wir kriegen eine leistung aber billig und können in große Zahl eingesetzt werden ok äh wie wird denn geforscht anzulie türme werden geforscht das wird geforscht dieses dieses möchte ich das auch forschen das machen wir auch mal auf die Liste dass wir einfach mal hier hinkommen Waffen könnte auch mal nicht so schlecht sein ausweichwolle machen wir das und das mal ich kann auch noch mehr einsetzen das ist gut ja ist sehr gut diese meldung geht mal ein bisschen auf die nerven aber ok wie viel energie bringst du dir 200 oh 200 Warnung! Hostile creatures are closing in on our base prepare for an attack da haben wir noch thermoenergie können wir noch mit anzapfen ähm ok wir haben ein paar Türme haben wir noch zur Verfügung äh und wenn wir mal hier ausstellen ah ne Moment äh ne du wirst nochmal verkauft ach nein nicht die Türme ooooh ahhh ok äh die machen das schon ähm und du dein, du dein, du dein und du dein und dein und dein ähm da brauchen wir strom dahin strom kriegen wir äh ja strom kriegen wir am besten hiervon nein boah ich dachte das wird reich ähm ok da dahin 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 da dahin so dann noch einen automatischen Apparaturturm hierhin der kann auch schön weit weg am besten so ich weiß ja nicht wie viel da jetzt kommt ich glaub da kommt ne Menge hier könnte eigentlich auch mal hier ein so nahe hinpacken vielleicht baue ich den auch wo ich hab ein bisschen falsch gebaut so ich bin immer gespannt was da kommt ja ja das sieht gut aus oh von oben kommen auch welche ach da oben den hab ich gar nicht gesehen shit oh man den hab ich gar nicht gesehen den hab ich gar nicht gesehen noch hängen ich auch noch ein bisschen verteidigt shit wow 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 Ja, ist okay. Wow. Zurück. Boah, sind da viele. Sind da viele. Geht mir von der Sonne. Geht mir von der Sonne. Hm. Okay. Shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Da muss man gucken, dass ich jetzt hier auch mal repariere allmählich. Äh, bevor ich das Ding mal aufbaue. Hui. Huiuiuiui. Reparieren. 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 Ja, die sind egal. Die... Die kommen und sterben. Ist doch gut so. Das freut mich nur... Wie haben die das überstanden? Die Ecke hier? Oh, die sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir auch genug Energie. Kann ich das die ganze Zeit anlassen? Mal gucken. Äh. Yo. Das geht. Geil. Ach, ja. Ist das schön. Das weiß ich nur nicht. Wofür halt. Ach, der produziert einen Matsch. Okay. Für irgendwas brauchen wir auch anscheinend einen Matsch. Okay. Das ist allerdings nicht für was. Ein Ionensturm. Ein Ionensturm? Habe ich den richtig gelesen? Oder gehört? Ich konnte es nicht so schnell lesen, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann. Äh. Der Ionensturm hat angefangen. Alle Sensoren sind runter. Ein viel unserer Equipment hat gebraucht. Wir müssen warten, bis der Sturm passen. Alter, die Ionensturm müssten wir eigentlich voll ausnutzen jetzt. Äh. Oh Gott. Bietet das viel Energie. Ähm. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Gebäude sind für die Konstruktion disponibel. Oh Mann. Das gibt so viel Energie. Und ich kann es einfach noch nicht nutzen. Ist das doof. Aber das ist jetzt gut. Dann können wir den nämlich anlassen. Ah, okay. Ah, der hat ja jetzt leider nicht so lange angehalten, wie ich gehofft habe. Aber das reicht ja zum Glück. Äh. Ach ja. Ähm. Warning. Hostile Kreaturen kommen von einem nahen Kampffennest. Du sollst da gehen und es auslösen. Ähm. Ja. Aber vorher werden wir uns mal die Waffen angucken. Weil wir haben ja ein paar neue Nahkampfwaffen. Einen Speer wollte ich mir mal angucken. Den stellen wir auch mal her. Ach, ich muss ja gedrückt halten. Crafting completed. Inventar. So, da packen wir jetzt auch den Speer hin. Ähm. Treib mir. Blaster. Ähm. Wir haben noch was zum herstellen. Okay, den haben wir schon. Den haben wir schon. Ähm. Die Energiepost. Die wollte ich auch ganz gerne haben. Crafting completed. Ähm. Die packen wir auch mal hier hin. Oh, die Energiefaust braucht Strom. Okay. Die Faust. Energieschaden. Okay. Kryoschaden. Äh. Kuh. Wow. Ja, Mann. Faust das. Ah, geil. Ah, ich kann auch gedrückt halten. Okay. Ja, komm. Setzen wir den mal ein. Ich möchte den mal austesten. Ah, die kommen bestimmt wieder nach oben. Ah. Ah, komm schon. So, komm mal her. Wo bleibt ihr? Da kommen sie. Spürt meine Faust. Okay, praktisch. Müssen sie nicht so den gewünschten... Ja, ist ja gut. Müssen sie nicht so den gewünschten Effekt erzeugen. Aber es war okay. War okay. Stell dich mit mir zufrieden. Ach ja. Gut. Ähm, wir müssen... Immer noch forschen und bauen. Eigentlich könnte man sich auch so langsam mal ein bisschen ausbreiten, finde ich. Wenn wir schon dabei sind. Warte mal, wir bauen. Ah, ich hab keinen Kern in mir. Äh. Äh. Ja. Äh. Carbonium storage ist voll. Wir werden den mal verkaufen. Bauen die Tür mal anders hin. So. Dann haben wir noch einen Kern über. Dann packen wir mal die Reparatur-Einheit nämlich da oben. Bringt's zwar noch nicht so viel. Ja, so. So, jetzt... Wie sieht das jetzt aus mit der Forstung? Research completed. Hydro-Pumpe. 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 Okay. Ähm. Matsch. Ach, die brauchen Matsch oder Schlamm. Okay. Zusätzlich Lagerung Wasser. Flüssigkeitsspeicher. Hydro-Pumpe. Pipeline. Ähm. Äh. Wenn wir jetzt... Das Ding braucht ja Wasser. Wo kommt denn was dahin? Da oben. Wir haben hier eine Wasserquelle. Vielleicht können wir die... Ich weiß aber nicht genau, wie das dann aussieht. Können wir hier drüber einfach? Nee, können wir nicht. Ähm. Okay, die können wir da aufbauen. Die nicht. Achso, Schlamm geht rein. Wasser nicht. Ach, die hat keinen Strom. Ja, auch toll. Bringt's mir gar nicht, dass ich den da hingebaut habe. Also bringt mir gar nicht, dass ich den da hingebaut hab. Alter, das ist ein großer Schlamm, so ist das Problem. Warnung. Eine neue Gruppe of hostile creatures is coming from a nearby nest. Ah, wenn es wird, das schön automatisch repariert. Das doofe ist echt, dass wir halt nicht... ...hier drauf bauen können. Das heißt, ich müsste... Ich weiß nicht, kann man den See trocken liegen? Nee, ich glaub, das geht nicht. Ich kann's mir zumindest nicht vorstellen. Ja, das wär zu heftig, wenn man den See trocken liegen könnte. Wenn wir... Der produziert nur Energie, ne? Und Matsch. Kann ich nicht aus Matsch auch... Wasser erzeugen? Moment mal, wenn wir jetzt... ...die Pipeline haben. Die macht aus... Matsch oder Schlamm. Warte mal, wenn die jetzt... ...mal ausprobieren... ...können wir die dort mitnutzen? Dann müssen wir nicht extra zum Sch... ...äh, zum... Also den Schlamm müssen wir dann nicht extra da oben anzapfen, wenn wir den jetzt noch mitnutzen. Zählt der ihr das jetzt? Gut, kostet 50 Energie. Aber es geht. Okay. Dann müssen wir jetzt die Pipeline... ...bis da oben hin. Boah, das wird... Ja gut, dann ist halt so. Ich kann nicht mal nur... Kann ich da drüber laufen? Ja, okay, da kann ich drüber laufen. Alles klar. Dann ist halb so wild. Ähm. Wie kommen wir denn da hin? Hier ist gut. Ohne, dass wir uns alles zubauen hier. Aber dann... ...tauschen wir den nochmal um. Kann ich den nochmal verkaufen? Eigentlich könnte ich den auch ganz woanders hinsetzen. Dann würde ich die vielleicht komplett wegreißen. Die tauschen mit dem hier. Okay. Okay. Dann tauschen wir den nochmal. Ähm. Was haben wir denn? Wir haben neun Stück hier. Okay. Ähm. Dann bauen wir die mal jetzt hier hin. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Ja, wir haben ja gesagt gebrochen. Wau. 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 Oha. Einschlagsquelle. Kontrollieren. Wobei, ich weiß ja nicht, was da noch gebaut werden muss dazu. Wenn ich den jetzt hier bauen und hinterher nicht genug Platz habe. Ah, nee. Äh. Wir kaufen das. Wir machen das doch nicht. Ja. Wir tauschen aber die Plätze, dass der... ...das unten hat. So, dann setzen wir aber die Pipeline da hin. Äh. Ach, das sind auch noch Kerne. So, dann bauen wir den so hin. Äh, so. Hä, wieso braucht der denn das da? Hm, nee. Nein. Ah, nein, nicht so. Ich würde schon gerade haben. So. Hm. Fortschritte werden gespeichert. Ich bin kurz davor, die Viecher einfach zu erschießen, die da rechts laufen. Steht da eigentlich eine Begrenzung, wie viel die fördern können? Nee, steht gar nichts dran. Okay. Äh. Könnte man aber dazwischen so einen Flüssigkeitsspeicher hinsetzen. 3.000 Flüssigkeit. Okay. Äh, wir können es an der... Ich habe eine bessere Idee. Moment. Der geht nochmal weg. Ähm. Zumindest hier an der Stelle. Dann bauen wir hier nämlich... ...den Speicher hin. So. Dann können wir die jetzt hier auch nochmal mitnutzen. So. Das heißt, der muss dann auch ein bisschen weg. Dann können wir dann hier an den Stellen erst mal abreißen. Ach nee, kann ich noch gar nicht. Da muss ja erst noch was anderes hin. Ähm. Da muss ja erst wieder die Aufbereitung hin. Die Wasserfilteranlage. Genau. Das heißt, wir müssen das nochmal kurz weg abreißen. Das ist nicht genau wie viel. So. Ich denke mal, das reicht eigentlich schon. Das kann, das kann. So. Und dann wird da kein Schlamm mehr befördert, weil... ...das nützt uns Schlamm. Nichts. Hä? Habe ich den falsch schon gebaut? Oder ist der jetzt wegen dem Schlamm der Dreck? Kann das auch sein? Ah, ich muss den aktivieren. Hm. Interessant. So. Nutzen wir wenigstens das Wasser auch nochmal mit dabei. Zwischendurch mal reparieren. So. Wasser hat das gute Ding schon mal. Wow. Braucht das viel. Ah, das sieht aus wie entgegen. Ja, ist ja gut. Ah, sieht doch gut aus. Hier ist doch nichts. Das Fleisch kann man mitnehmen. Kann man wiederverwerten. So. Aus Fleisch kann man Energie gewinnen. So gehört sich das. Wie lange dauert das denn? Bedrohungsstufe hoch. Schlamm niedrig. Geothermie, Slots mittel. Carbonium, Neuronium hoch. Rift öffnen. Okay. Okay. So, aber ich würde sagen, das war es mal wieder mit dieser Folge. Ich gucke mal, was ich dann in der nächsten Folge so alles erreichen kann. Hauptquartier wird ja auch erforscht. Oh, Matto, jetzt hier drücken. Waffen haben wir auch Erscheinungsbild. Erscheinungsbild. Ach ja, wir haben neue Türme. Ja, dann schmeckt mir das doch nächstes Mal ein bisschen aus mit neuen Türmen. Nur Blaster ist auch ein bisschen langweilig. Gut, aber das soll zu heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss.